Wir haben in dem Forschungsprojekt durch die Diskussion mit den Vertretern dieser Big Families sechs Themenfelder kennengelernt und darauf basierend haben wir eben verschiedene Aspekte hier mitgebracht, um das einfach nur mal holzschnittartig zu zeigen, aber wir können das natürlich auch gerne dann später ausführlicher diskutieren. Also was sind die klassischen Herausforderungen, die uns von diesen Big Families genannt worden sind? Im Kern geht es, wie Heiko Klebe gerade schon sagt, darum Bindung, Zusammenhalt und vor allem die Erwartungen dieser großen Eigentümergemeinschaft zu managen. Also zum einen ist es natürlich die Frage, ja wie organisieren wir uns denn, wenn wir 80, 100, 400, 700 Gesellschaften haben? Was für eine Gremienstruktur ist denn da eigentlich passend? Ist es richtig, wenn wir 700 Gesellschaften haben oder 400 Gesellschaften haben und wir haben fünf, die uns repräsentieren? Passt das? Oder brauchen wir eigentlich noch irgendwelche kommunikativen, partizipationsermöglichende Gremien dazwischen? Und da haben diese Big Families verschiedene Formen gefunden. Wie organisieren wir denn die Kommunikation? Es wurde gerade schon angesprochen, mündliche Kommunikation ist oftmals ein Familienprinzip. Man hat in der Vergangenheit die Leute auch angeschrieben. Aber ist das noch richtig? Ist das eine einseitige Kommunikation? Muss man da nicht eigentlich auch Feedback schleifen, Familienbefragungen etc., wie man das aus Mitarbeiterbefragungen kennt oder in Vereinen, Vereinsmitgliederbefragungen, muss man nicht eigentlich auch Familienbefragungen regelmäßig durchführen? Weil gerade bei so großen Kreisen gelingt es meistens nicht, alle Strömungen immer in den Blick zu haben. Wie organisieren wir eigentlich den Kompetenzaufbau in einer so großen Gesellschaftergemeinschaft? Weil sie musste immer wieder Gremienvertreter hervorbringen, die in der Lage sind, die gerade aufgezeigten Unternehmen auch angemessen zu kontrollieren. Und das waren ja teilweise sehr, sehr große Unternehmen. Wie schafft man es aus einer so großen Eigentümergemeinschaft kompetente Aufsichtsräte, Beiräte zu entwickeln? Hier stellt sich immer die Herausforderung, wenn man Personen hat, die bereit sind, das zu tun, dann ist das sehr zeitaufwendig. Das heißt, die Leute müssten dann, wenn sie sich in so ein Gremien wählen lassen würden, ihre Kernkarriere reduzieren und sie stehen immer vor dem Risiko, nicht wiedergewählt zu werden, weil sie sozusagen auf dem einen oder anderen Familientreffen vielleicht der ein oder anderen Tante oder Onkel oder Großcousin vielleicht nicht das gesagt haben, was die gerne hören wollten. Also es ist eine hochproblematische Fragestellung. Dann ist natürlich auch das Thema Ausschüttungserwartungen. Haben wir ein treuhänderisches Verständnis in der Unternehmerfamilie? Das heißt, wir empfangen eine Treuhändergebühr oder sehen wir uns als Investoren, schauen uns an, was ist das Unternehmen denn eigentlich wert und was ist denn da eine angemessene Verzinsung auf unser eingesetztes Kapital? Und die meisten dieser Familienunternehmen schütten sehr, sehr konservativ aus, also relativ wenig, weil sie sich als Treuhänder fühlen. Aber gerade, wenn es auch börsennotierte Unternehmen sind, ist natürlich die Differenz zwischen theoretischem Vermögen und tatsächlich empfangener Ausschüttung doch sehr gravierend. Natürlich gibt es auch in Big Families Konfliktdynamiken. Die haben aber eine ganz andere Qualität als das, was wir von kleineren und Kernfamilien kennen. Und diese Big Families stehen natürlich auch vor den Herausforderungen, Impulse aus der Gesellschaft zu bekommen. Nachhaltigkeitsfragestellungen, Umgang mit Vermögen, Haltungsfragen zu vermögen. Wie wird das denn eigentlich in dieser Unternehmerfamilie verarbeitet? Wie wird damit umgegangen? Weil wenn es das nicht systematisch durch ein Familienmanagement behandelt gilt, dann tauchen solche Fragestellungen, solche Strömungen und Diskussionen spätestens in der Gesellschaftsversammlung auf. Und wenn man zum Beispiel ein Unternehmen hat, was in die Öl- oder Gasindustrie oder etc. rein liefert, Teile liefert, dann könnte das, wenn das nicht behandelt ist, plötzlich bei einer zentralen Investitionsentscheidung in so einen Geschäftszweig zu ganz ungesteuerten Diskussionen im Gesellschaftskreis führen. Also was sind die sieben zentralen Aufgaben eines Big Family Managements in Unternehmerfamilien? Das eine ist, Netzwerkmanagement bedeutet, dass man die Familienmitglieder die Möglichkeit strukturell anbietet, zu partizipieren, sich zurückzumelden, zu kommunizieren. Das heißt, man muss sich als ein Netzwerk verstehen und nicht als eine Art Abgeordnetenorganisation, die jenseits der Gemeinschaft operiert und sich einmal im Jahr trifft. Also das wurde immer wieder deutlich, man muss Rückkopplungsschleifen schaffen, man muss Kommunikationsmöglichkeiten schaffen. Man braucht, wie wir sagen, politikanaloge Kommunikationsformen und Entscheidungsstrukturen. Das heißt, man muss immer wieder in das Volk, in die Gemeinschaft des Netzwerkes hineinfragen, abfragen, Stimmungsbarometer durchführen und durchaus hier etwas andere Entscheidungsstrukturen machen, zumindest bei Familien, wo die Anteile nahezu gleich verteilt sind. Natürlich gibt es auch bei solchen Big Families Strukturen, wo es einige wenige große Blockholter gibt und dann eben Familienmitglieder, die sehr, sehr viele, sehr, sehr kleine Anteile haben. Hier muss man natürlich auch adäquate Entscheidungsstrukturen finden, so wie wir das jetzt vielleicht gerade bei den Koalitionsgesprächen in Berlin erwarten. Da wird natürlich auch geguckt, wer präsentiert, wie viel Kapital, das sind dann eben Wählerstimmen, ja, und wie werden jetzt hier Posten, wie werden jetzt hier Aufgaben und Ressorts vergeben. Solche Logiken beobachten wir auch in diesen Big Families. Ganz entscheidend ist, wenn die verwandtschaftliche Bindung abnimmt, dann muss man aktiv motivierte Familienmitglieder finden und das ist manchmal gar nicht so einfach, weil die kommen manchmal gar nicht, weil sie sich vielleicht nicht wahrgenommen fühlen und wenn man sich findet, ganz systematisch und aktiv fördern. Wir beobachten, dass oftmals bei diesen Big Families meistens die Kinder von Amtsträgern auch sich wieder für eine Amtsträgerschaft interessieren. Also der Vater war schon im Aufsichtsrat oder der Großvater war vielleicht noch in der Firma tätig. Wenn das dann nicht mehr gegeben ist, dann wird es sehr, sehr schwer und das hörten wir, diese Klagen, wir finden gar nicht genug Leute, die sich interessieren. Es kommen gar nicht so viele, die zu bestimmten Veranstaltungen eingeladen werden. Wir haben Nachfolge, Nachwuchsprobleme. Also das ist eine richtige Recruiting-Aufgabe, eine richtige, wie in der Firma würde man sagen, HR-Development. Das muss die Unternehmerfamilie auch machen. Sie muss ihre Talente identifizieren und diese Talente ganz gezielt in Aktivitäten einbinden. Wichtig ist eben auch, durch so einen sehr großen Familienkreis, wo man Cousins und Cousinen dritten oder vierten Grades ist, da geht manchmal das Familiengefühl verloren. Wir haben jetzt in einigen Familien gehört, dass man sagt, naja, wir sind zwar irgendwie alle von einer Vorfahrenfigur abstammend, aber irgendwie fühlt sich das gar nicht mehr als Familie an. Wir sind eher so eine Art Investorenclub mit gemeinsamen Vorfahren geworden. Also in diesen Familien ist die Familienkultur neu zu etablieren. Es gibt auf der anderen Seite Familien, die das ganz, ganz aktiv machen und es gibt 100, 200 Familienmitglieder, die haben dann Rituale, wenn ein neues Familienmitglied in den Gesellschafterkreis aufgenommen werden muss, dann haben die so ein Ritual, das so ein Lied singen muss und das ist dann so eine sehr lustige Geschichte und trotz dieser großen, großen Gemeinschaft erleben die Familienkultur, machen gemeinsame Ausflüge. Das ist ganz entscheidend. Ganz entscheidend auch für diese Big Families sind Organisationseinheiten, die die Qualität eines Family Investor Relations Organisationseinheit haben. Gerade interessanterweise bei den börsennotierten Teilnehmern ist, stellt man fest, man hat große auf der Unternehmensseite große Family Investor Relations Abteilungen mit sehr viel Personal und wie viel Vergleichbares gibt es für die Familiengesellschafter? Meistens ist es deutlich viel weniger. Also hier braucht es eine Organisation, eine Struktur, eine Unterstützung, die dann entsprechend auch nicht nur steuerrechtliche Fragen unterstützt, sondern diese Familie ganzheitlich betreut und als Ansprechpartnerin auch fungiert und das Familienmanagement unterstützt. Ein ganz wichtiger Faktor, den wir beobachtet haben, ist, wie werden denn diese Familienmitglieder ausgewählt, die in diesen Gremien sitzen? Oftmals waren es die gleichen Kriterien, weil die Personen auch doppelte Funktionen hatten, in einem Aufsichtsgremium, um das Unternehmen zu sitzen. Also die hatten oftmals betriebswirtschaftliche, juristische Kenntnisse und sollen dann die Familie managen. Also sehr selten stellen wir fest, dass in diesen Familiengremien nach den klassischen Kompetenzen geschaut wird, die jemand haben muss, um solche großen Gemeinsgesellschafter oder Familienkreise zu steuern. Das heißt, das sind psychosoziale Kompetenzen, pädagogische, kommunikative Kompetenzen. Das ist ein völlig anderes Feld. Wenn ich nämlich mit Konflikten umgehen will und sowas taucht immer mal wieder auf oder mit Sozialdynamiken, dann brauche ich in meinem Familiengremium jemanden, der das beurteilen kann, der eben weiß, dass das total typisch ist bei bestimmten Gruppendynamiken. Das heißt, hier muss eine Kompetenz vorhanden sein, die dann auch in diesen Familiengremien vorhanden ist. Und letzten Endes braucht man eben Strukturen, digitale Strukturen, hatten wir gerade schon angesprochen, ein Teilnehmerverwaltungsmanagement. Oftmals haben wir festgestellt, gibt es hochprofessionelle Strukturen, wo jeder sehr genau weiß, wo das Familienoberhaupt auch genau weiß, wer gehört zu wem, wer ist mit wem verwandt, wie häufig ist die Teilnahme an irgendwelchen Familienaktivitäten, sodass man ein Gespür kriegt, welcher Familienteil ist eigentlich noch wie aktiv. Und welcher Familienteil hat sich schon seit zwei, drei Jahren eigentlich nicht mehr irgendwo gezeigt. Und wenn man dann eben feststellt, Moment mal, das sind ganze Kernfamilien, die gar nicht mehr kommen, dann muss man da wo mal nachhören. Also dafür braucht man wirklich ein Family Profiling, wie wir das nennen, wo man eben schaut, ist unsere Gemeinschaft eigentlich noch an allen Ecken und Enden eigentlich ganz gut stabil. Das ist eigentlich eine dieser Kernaufgaben dieses Family Management. Ich glaube, wir müssen aus Zeitgründen jetzt ein bisschen überblättern. Das können wir dann demnächst etwas ausführlicher beschreiben, wie man das Vermögen managt. Und die Konfliktanlässe, das überspringen wir jetzt auch. Wichtig ist, dass man eben diese unterschiedlichen Dimensionen als Unternehmerfamilie differenziert, weil es gibt auch einige Familien, wir haben diese 50 Personenanzahl gesetzt, weil wir da merken, gibt es so einen Kipppunkt. Aber es gibt durchaus auch schon Big Family Strukturen oder Fragestellungen, die schon bei 30, 35 Personen anfangen. Deshalb ist das auch ein fließender Prozess. Also diese 50 ist keine harte Linie, sondern von bis. Und wir haben hier einige im Raum, die aus unserer Sicht an so einem Kipppunkt sind. Und deshalb lohnt es sich auf jeden Fall da, auch als Familie 2.0 von der Größenanzahl einmal hinzuschauen und sagen, was erwartet uns denn spätestens beim nächsten Generationssprung. Wir alle wissen, dass sich von Generation zu Generation typischerweise die Anzahl verdrei- bzw. vervierfacht. Man kommt da relativ schnell hin in diese Big Family Strukturen. Man muss eben sehr genau gucken, wie die soziale Kultur ausschaut neben der etablierten Governance Struktur. Man muss eben sehr genau gucken, wie man dieses Netzwerk managt. Und man muss die Personen haben, die auch reingehen ins Feld, die reingehen in die große Gemeinschaft und die Leute auch ansprechen, vielleicht sogar auch mal besuchen. Und das ist etwas, was in diesen Gremien noch nicht so ausgeprägt ist. Die sagen, Moment mal, die können sich ja melden, wenn sie was haben. Das ist sozusagen so eine sehr einseitige Kommunikation. Hier muss sich etwas ändern, weil sich immer mehr die Leute sonst verabschieden und nicht abgeholt und gehört fühlen. Psychosoziale Kompetenzen sprach ich gerade schon an. Und es ist eben wichtig, sich vielleicht mal anzuschauen, wie funktionieren Parteisysteme, wie funktionieren politische Organisationen, weil Big Families sind sehr, sehr nah dran an eigentlich solchen politischen Strukturen in unserer westlichen Demokratie. Tradition fördern ist ganz wichtig, weil diese Familien sonst die Gemeinschaft, das Zugehörigkeitsgefühl fehlen. Also Traditionsorientierung jenseits von Kernfamilien oder Stämmen. Und ganz wichtig ist auch, dass der Austritt akzeptiert ist, natürlich zu den meistens doch sehr ungünstigen Bedingungen. Aber wenn man ein starres Verbot ausspricht, fördert das oftmals eigentlich nur Konflikte ausscheidewilliger Gesellschaft da. Ja, und ich denke, man muss eben im Kern darauf schauen, dass auch bei diesen Big Families, bei diesen großzahligen Familien immer darauf zu achten ist, dass es möglichst keinen Gesichtsverlust der Einzelperson gibt, weil das zieht sonst weite Kreise, weil dann gibt es doch einen Bruder, eine Schwester, einen Onkel, eine Tante, die sich dann mit einklinken, wenn plötzlich ein nahes Verwandtschaftsmitglied das Gesicht verliert. Also Gesichtsverlust vermeiden ist eigentlich, glaube ich, eine der ganz, ganz entscheidenden Botschaften hier für das Management. Deshalb fassen wir zusammen, große dynastische Unternehmerfamilien zu managen ist eben das Management von Komplexität. Man muss eben sowohl die organisationale und die netzwertsbezogene Aufgaben erfüllen, aber es ist doch auch immer noch Familie drin. Und das wird häufig vergessen. Oftmals haben dynastische Familien ihre Familiarität verloren oder zu lange ignoriert und sie muss dann in diesen Familien wieder reingeholt werden, weil man sonst sich eben als ein Investorenclub versteht. Ich denke, an der Stelle können wir sagen, herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und jetzt haben wir, glaube ich, noch ein paar Minuten Fragen für direkte Fragestellungen, die sich ergeben haben. Ansonsten können wir es auch gerne in den Kleingruppenworkshops natürlich diskutieren. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.